Tag zusammen, ich habe lange überlegt, ob ich ein Video machen soll, weil eigentlich ja meine Haltung klar ist und man auch irgendwie das Gefühl hat, dass man gegen Wände anredet, wenn man mit Argumenten kommt, was da in der Flüchtlingsproblematik teilweise gerade auch auf Facebook und im Internet an bodenloser Dummheit ausgebreitet wird und an Herzlosigkeit, das ist ja sucht schon ihresgleichen und trotzdem habe ich gesagt, ich mache das Video, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir die guten Willens und guten Herzens sind, dass die sich jetzt solidarisieren und dass die sich auch deutlich äußern, wie das schon einige gemacht haben, aber es müssen noch viel mehr sein, weil wir eines zeigen müssen, dass die, dieser pöbelnde Mob, der sich jetzt da versammelt im Internet und auf den Straßen, dass die nicht Deutschland sind, sondern dass wir mehr sind, wir, die guten Willen sind, sind mehr, ihr seid nicht Deutschland, ihr seid auch nicht dunkel Deutschland, wie das jetzt Herr Gauck gesagt hat, ihr seid dumm Deutschland und ihr seid dümmer als dumm Deutschland seid ihr am Ende, ihr seid dümmer als diese Rolle Klopapier, weil diese Klopapierrolle hat noch ein bisschen Gefühl wenigstens, sie ist soft und sie ist dreilagig, ihr seid eindimensional und Schmirgelpapier, kein Arsch wird sich von euch abwischen lassen. Bevor es jetzt heißt, er macht sich lustig über die Leute, die in Deutschland durch das Raster gefallen sind, die da ganz unten im Elend vor sich hin darben und die nicht gesehen werden in dieser Gesellschaft, weil sie durch das System gefallen sind. Ich sehe euch und meine Solidarität habt ihr und habt es schon immer gehabt, aber eines muss auch klar sein, keine Not rechtfertigt ist, dass man sich über Schwächere hermacht, das ist erbärmlich, das ist erbärmlich und wahnsinnig dumm. Ihr seid den rechten Rattenfängern in die Fänge gegangen und sie werden euch fallen lassen am Ende. Ihr habt meine Solidarität. Ich glaube, dass zehn Jahre Hartz IV Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat, aber ihr gehört nicht vor die Flüchtlingsheimen, ihr gehört vor das Kanzleramt oder von mir aus auch vor die Bankentürme in Frankfurt. Zu Hunderten, Tausenden möchte ich, dass ihr aufmarschiert und ich bin der Erste, der mit dabei ist. Aber eins muss auch klar sein, dass Menschen, die hier Zuflucht suchen vor Krieg und vor Armut, ich betone das auch vor Armut, dass die hier nicht sicher sind, das lässt einen vor Scham im Boden versinken. Das kann und darf nicht Deutschland sein. Karl Friedrich von Weizsäcker hat da einen sehr schönen Text dazu geschrieben, den ich jetzt vortrage. Er ist sehr kurz, keine Angst, es dauert nicht lang. Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt ein typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was es sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Und dann kann man ja nur feststellen, warum kommen denn die ganzen gewünschten Fachkräfte nicht zu uns? Weil sie nicht doof sind, weil sie sehen, welche Idioten hier auf der Straße unterwegs sind und dann sagen sie sich doch, mit denen möchte ich mich doch am Ende nicht vermischen noch. Das ist das. Und wir profitieren am Ende noch von der Migrationsbewegung, die jetzt am Ende zugange ist in ganz Europa und in der ganzen Welt. Da profitieren wir vom, weil wir müssen eins feststellen, natürlich kommen auch Idioten und Arschlöcher zu uns mit. Von den Hunderttausenden, die jetzt zu uns kommen, sind auch ein paar Idioten und Arschlöcher dabei, wie es in jeder Bevölkerungsgruppe so ist. Ja, aber am Ende, wenn man sieht, wie viele Deutsche Richtung IS und Syrien dieses Land verlassen, da muss man am Ende feststellen, wir exportieren mehr Idioten, als zu uns kommen. Und dann muss man am Ende für die Migration noch dankbar sein. Gut, viele haben Angst. Angst vor den Fremden oder auch dem Fremden an sich. Und das kann ich auch verstehen. Ich kann diese Angst verstehen, aber wenn man Angst hat, dann gibt es ein ganz probates Mittel, das heißt sich informieren und das heißt hingehen und gucken, was ist da los, wer ist das, warum ist er hier und versuchen zu verstehen auch. Das ist wichtig und wir haben am Ende einfach auch die falschen Ängste. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, nachts auf der Straße zwischen 20 Asylanten und 20 Skinheads, ich weiß, was ich nehme. Tote durch rechtsradikalen Terror in Deutschland seit 1990 156. Tote durch islamistischen Terror in Deutschland seit 1990 0. Die Chance von einem deutschen Arschloch getötet zu werden ist weitaus größer als von einem islamistischen. Ich meine, die Argumente, die gegen die Flüchtlinge ins Feld gebracht werden, sind ja so dumm und absurd, dass man sie fast nicht kommentieren möchte, dass jetzt kritisiert wird, dass sie mit einem Smartphone daherkommen. Ist das denn in der dritten Welt überhaupt erlaubt, dass sie ein Smartphone besitzen? Und dann wird von Asyltourismus gesprochen, übrigens auch von politischer Seite. Asyltourismus, was wird da für ein Bild geprägt? Ein Bild, dass Flüchtlinge auf dem Kreuzfahrtschiff MS-Asylmissbrauch über die Weltmeere schippern, mit Schleppern, von Schleppern geführt. Am besten Sascha Hehn vorneweg, der sie über die Weltmeere schippert und sie dann bei uns ablädt, wo sie Syrien verlassen haben, wo sie natürlich ihren Reichtum auch verlassen haben. Da haben sie ja mit Pool und mit Villa und dort haben sie alles zurückgelassen, ihr Haare, um es bei uns in so einer Flüchtlingsunterkunft mal so richtig krachen zu lassen. Und nachts ziehen sie dann marodierend mit dem Smartphone durch die deutschen Innenstädte und vergewaltigen deutsche Frauen. Und dann nehmen sie den Deutschen auch noch die Jobs weg. Und das, obwohl sie nicht mal arbeiten können. Da siehst du, wie dreist und perfide am Ende der Asylamt ist. Er nimmt den Deutschen die Arbeit weg, obwohl er nicht mal arbeiten darf. Ich meine, die Argumente sind so dumm und so absurd, dass ich manchmal denke, selbst diese Rolle Klopapier würde das nicht glauben. Es ist eine Illusion und eine historische Verdrängung zu glauben, dass wir diesen Wohlstand, der auf der Ausbeutung der dritten Welt aufgebaut ist, auf der Unterdrückung eines Großteils der Menschheit, dass wir den einfach für uns behalten können. Wir werden vom Kuchen was abgeben müssen, Opfer wollen oder nicht. Aber stattdessen erhalten wir uns lieber den alltäglichen Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft, wo man sagt, ja natürlich sind wir für Flüchtlinge. Nur jetzt passt es gerade eben nicht mehr. Wir haben frisch gefließt. Es tut uns leid. Ja, aber sonst können sie gerne kommen. Ja, und dann muss man natürlich auch rechtzeitig gucken, dass man die Tür zumacht. Ja, dass man sie rechtzeitig absaufen lässt. Nicht, dass sie am Ende bei uns noch auf dem Sofa sitzen und dann freundet man sich womöglich noch mit denen an. Und dann merkt man am Ende, Mensch, die sind ja wie wir. Ja, so ein wie ich. Den hätte ich ja nie reinlassen dürfen, so ein Arschloch. Am Ende merken wir womöglich eins, das ist ja auch nur ein Mensch. Und dann finde ich es ja genauso beschämend, wenn sich jetzt dann Merkel und Gabriel da hinstellen und sich solidarisieren. Ja, ausgerechnet die Politiker, die mitverantwortlich sind, wie die Welt nun mal ist und wie Europa entsolidarisiert wurde. Ja, die, die den ganzen Balkan mit zerbombt haben und dafür gesorgt haben, dass Regionen destabilisiert wurden. Auch der Irak, unter anderem der ganze Nahe Osten, die gemeinsame Geschäfte machen mit Herrn Erdogan. Der Waffen liefert an jeden Terroristen, der sich ihm anbietet. Ja, die gemeinsame Geschäfte machen mit Despoten in Afrika und denen die Bevölkerung dort scheißegal ist. Ja, und denen immer scheißegal gewesen ist. Und wenn sie jetzt plötzlich kommen, man sich dann solidarisiert und die letztendlich am Ende auch diese Gesellschaft so gemacht haben, wie sie ist, nämlich, dass sie eine herzlose Gesellschaft geworden ist. Ja, dass der Geist des Neoliberalismus durch die Straßen weht und der letztendlich nur noch eine Maxime kennt und die heißt ich, ich, ich. Und wenn ich diese herzlose deutsche Gesellschaft momentan sehe, dann bin ich dankbar um jeden Flüchtling, der zu uns kommt, der uns mit diesen herzlosen Deutschen nicht alleine lässt.